Gut, dann gehst du halt arbeiten. Aber versuch bitte nicht den ganzen Tag an diesen Unfug zu denken. Du drehst noch durch. Mann, Jackie. Und Sie? Wo sind Sie zu Hause? Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Who are you talking about, you two? Just, just the kid we met. Die Wünsche. Die Wünsche. Die Wünsche. Die Wünsche. Die Wünsche. Die Wünsche. Die Wünsche.